Auch heute wollen wir den Podcast wieder mit einer Frage von euch beginnen und zwar von Sportfan49. Es dreht sich natürlich um Miroslav Klose, um die durchaus überraschende Verpflichtung auf dem Trainerposten, die jetzt seit einer Woche bekannt ist und er fragt, wie sich denn unsere Gedanken seitdem entwickelt haben. Sind wir jetzt positiver gestimmt? Sind wir noch genauso überrascht wie vor einer Woche? Oder sind unsere Zweifel größer geworden? Wollen wir doch direkt mal mit dieser Frage rein starten. Erstmal ein herzliches Hallo an dich, Julian. Ja, Servus auch an dich, Christian. Servus an alle Zuhörer, alle Zuhörerinnen. Ja, gute Frage, zugleich eine sehr schwierige Frage, wenn man es nochmal kurz Revue passieren lässt. Ich glaube, da ging es nicht nur uns beiden so, da ging es allen so. Ja, erstmal diese Nachricht da früh, anderthalb Stunden vorher. In anderthalb Stunden ist die Pressekonferenz und da wird der neue Trainer vorgestellt. Das war natürlich schon, boah, okay, krass. Falls sich der eine oder andere fragt, wieso wir nicht an der PK teilgenommen haben. Es war natürlich sehr kurzfristig für uns, waren dann schon terminlich verplant, hatten auch dann beispielsweise keine Gelegenheit nach Nürnberg in der Kürze der Zeit zu kommen. Wäre natürlich auch online möglich gewesen, aber ja, war dann wirklich zu wenig Zeit, zu wenig Vorlauf auch, was inhaltliche Fragen angehen würde. Deswegen, ja, konnten wir da leider nicht mit von der Partie sein. Ja, wirklich, wirklich schade. Hätte mich natürlich auch sehr interessiert, aber wie gesagt, zeitlich war es nicht möglich. Prinzipiell dazu, also ich finde es ja an sich cool, dass wirklich gar nichts rauskam. Also Miederschaft Klose hatte man zumindest nirgends gelesen, nirgends gehört. Das finde ich an sich gut, dass da nichts nach außen durchdringt. Ist natürlich für Medien nicht ideal, also nicht, dass man nicht den Namen vorher weiß, sondern, dass man zu einer Pressekonferenz kurzfristig eingeladen wird und halt nicht weiß, wer da sitzt. Die hätte man dann ja auch einen Tag später oder so machen können. Aber ja, das nur dazu und um die Eingangsfrage zu beantworten, überrascht, ja gut, jetzt nach einer Woche bin ich nicht mehr wirklich überrascht, dass er Trainer wird. Damit habe ich mich arrangiert, ist das falsche Wort. Ich, klar, also mache keinen Hehl draus. Ich war schon, dachte ich mir schon am Anfang, boah, okay. Als ich seine Vita da ein bisschen angeschaut habe, dachte ich immer noch, boah, okay. Und jetzt bin ich auch noch nicht so weit und sage, Klose wäre jetzt meine Wunschlösung gewesen. Aber, ist auch ganz klar, bekommt natürlich eine faire Chance. Gibt ja sicherlich auch ein, zwei Argumente, die dafür sprechen, dass es keine schlechte Wahl ist. Und spannend finde ich es auch, was dann später auch nochmal Thema wird, im Trainerteam. Dass Joti ja immer durchaus ein bisschen betont hat in der Vorstellung. Also, dass da schon noch nach passenden Leuten gesucht wird, die vielleicht Kloses schwächen, sofern er denn welche hat, ein bisschen ausgleichen. Das waren meine Eingangsgedanken dazu. Weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich bin da erstmal aus allen Wolken gefallen, als ich die PK nebenher habe laufen lassen. Und als ich da dann auf einmal das Gesicht von Miroslav Klose sah, war dann erstmal ziemlich euphorisiert im ersten Moment tatsächlich. Ich habe dann auch dreimal in Folge ganz laut Was geschrien, weil ich es dann doch schon eine dicke Überraschung fand. Ich glaube, das war aber auch ein wertungsfreies Was, ob es jetzt gut war oder schlecht war. Das war mir in dem Moment noch nicht bewusst. Einfach nur ein großer Name auf jeden Fall, das kann man ja sagen. Dann im zweiten Moment habe ich nochmal darüber nachgedacht. Ich hatte eine Analyse von ihm bei Alltag und hatte da eine Erinnerung, das war noch ziemlich zum Saisonbeginn, dass er da ziemlich viel Ballbesitzfußball hat spielen lassen für so ein Underdog-Team. Deswegen war ich da eigentlich gleich mal positiv gestimmt. Hatte allerdings nicht mehr in Erinnerung, dass ich in dieser Analyse auch geschrieben habe, dass er da ziemlich wenige Ideen mit Ballbesitz hatte, ziemlich pragmatischen Fußball mit vielen langen Pässen. Das hat dann meine Stimmung wieder etwas getrübt, habe dann ja auch gleich eine Analyse gemacht. Ja, aber insgesamt sehe ich es ähnlich wie Julian. Ich bin da jetzt ziemlich neutral eingestellt. Ich lasse mich überraschen. Klar, Alltag war jetzt nicht perfekt. Kommen wir auch noch genauer darauf zu sprechen. Bei Bayern sah es dann zumindest datentechnisch schon besser aus. Deswegen ist es noch ein relativ junger Trainer. Deswegen sind wir da beide relativ offen. Auch noch eine lustige Anekdote. Wir hatten ja auch vor zwei Wochen oder so mal einen Artikel gemacht, nachdem bekannt wurde, dass Fjell gehen wird. Wen wir denn als Nachfolger sehen könnten, hatten ja da vier Vorschläge gemacht. Das waren Wildersinn, Fiedler, Kniat und wer war es noch? Breyer. Breyer, genau. Wir hatten überlegt, hatten dann schon drei Kandidaten. Dann habe ich auch kurz an Klose gedacht, aber habe dann zu Julian in WhatsApp geschrieben, Klose ist zu wild als möglicher Trainer. Und ich glaube, ich bin nicht mal darauf eingegangen, weil ich mir dachte, was will der denn mit Klose? Das ist doch Quatsch. Aber wollte ich auch nicht. Dachte mir, nee, komm, wir sind seriös. Wir machen seriöse Vorschläge. Ja, aber genau. Und das war dann auch nochmal ein Gedanke, der kurz nach der Verpflichtung kam, dass es halt ja auch die DFB-Kontakte waren, die dann zum Tragen kamen. Ja, ich glaube, die Frage hat uns auch erreicht. Ich habe in der letzten Folge, als Joti vorgestellt wurde, als, nee, noch nicht vorgestellt wurde, als bekannt wurde, dass er Sportvorstand wird. Da haben wir ja dann auch über Trainer, wie es weitergeht, gesprochen. Da war ja noch der Stand, dass Christian Fjell Trainer ist. Und da haben wir auch so schon ein bisschen spekuliert, Mensch, wenn der geht, was könnte denn passieren? Ich weiß nicht, da habe ich gesagt, ich hoffe halt nicht, dass es irgend so ein Altbekannter vom DFB wird. Das ist jetzt passiert. Ich weiß auch nicht, ob es Klose geworden wäre, wenn sich die Wege beim DFB nicht gekreuzt hätten. Aber, und das, was ich ihm schon zutraue, ist, dass er in dieser Rolle, in dieser wirklich spezifischen Rolle, die er beim DFB da hatte, wo er sich ja wirklich individuell um die Stürmer gekümmert hat, dass er das gut macht, dass er das mit Liebe zum Detail macht. Also das, glaube ich, zu 100 Prozent. Das passt auch zu Miroslav Klose, wie ich ihn immer wahrgenommen habe, schon als Typ Arbeiter, als bodenständiger, nahbarer Typ. Also, dass er da eine gute Arbeit geleistet hat, kann ich mir schon vorstellen, wie es jetzt dann beim Cheftrainerposten ausschaut. Da sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Apropos Christian Fjell, um das Ganze rund zu machen. Wie gesagt, letzte Woche, letzte Folge haben wir ja damit beendet. Und, glaube ich, so sinngemäß, ja, wahrscheinlich am Ende ist wieder Christian Fjell nächstes Jahr Trainer. Ja, den Wind hat uns Joti dann schnell aus den Segeln genommen. Kam es für dich überraschend, dass das Fjell gewechselt ist, oder hast du eigentlich damit gerechnet? Zu dem Zeitpunkt fand ich es dann schon überraschend. Ich glaube, ich habe dann auch in der letzten Folge gesagt, dass ich davon ausgehe, dass Fjell jetzt bleibt. Hat nichts mehr gehört, gehabt. Wie wir dann auch im Nachhinein erfahren haben auf der Pressekonferenz. Hatte er, Fjell ja auch, dem Aufsichtsrat gesagt, dass da an den Hertha-Gerüchten nichts dran sei. Deswegen, ja, war es dann auch für die Verantwortlichen überraschend. Klar, im Hintergrund gab es immer diese Gerüchte und mehrere Quellen, die gesagt haben, da ist was dran, Fjell und Hertha. Ja, aber ich fand es dann trotzdem am Ende doch überraschend. Ja, aber letztendlich ist es so. Vielleicht auch das Beste jetzt für alle, muss man auch sagen. Man kann jetzt auch nicht sagen. Das Beste gewesen, die, ja, schwierig zu beurteilen. Also mir geht es ähnlich. Ich habe ja auch lange Zeit gesagt, wir haben da was gehört und glauben, dass das schon passieren könnte. Und dann war aber so lange wieder nichts zu hören, dass ich auch dachte, ja okay, vielleicht auch doch nicht. Und am Ende ist es jetzt doch so, also ja, jetzt auch müßig zu diskutieren. Vielleicht war es ja auch, wie ich es auch öfter mal gesagt habe, dass Fjell sich einfach auch selber noch nicht sicher war, damit der Hertha gesprochen hat und dann überlegt hat, dann nochmal schönen Urlaub gemacht hat. Und dann, aber war dann die Verpflichtung von Joti, hat ja Lexio der ausschlaggebende Punkt oder, ja, schwierig, müßig in seinen Kopf hin hinzuschauen. Ja, wie gesagt. Vielleicht ja auch die Transfers, die im Hintergrund noch nicht eingefädelt wurden. Wobei es ja immer hieß, und das kann man ja schon kritisieren, aber was man schon anmerken sollte, also die Rückrunde war ja wirklich schlecht, Punkt, da gibt es, glaube ich, auch nichts zu beschönigen. Und trotzdem hat man ja im Aussichtsrat und so schon klar sich profil positioniert, sonst hätte man nicht Hacking entlassen, sonst hätte man es auch nach der Saison machen können und einfach mal abwarten können, also man hat sich ja da schon klar profil positioniert. Er sollte auch Mitspracherecht bei Transfers bekommen, hat es ja mit Rebbe zusammen jetzt in der Zeit vor Joti gemacht, Lubach, Danilo Suarez sind ja auch schon Spieler, die jetzt verpflichtet wurden, die Christian Fjell schon gefallen hätten, denke ich mal. Deswegen verstehe ich da auf jeden Fall den Unmut vieler Nürnberger, die sagen, Mensch, der spielt, der macht eine schlechte Saison, bekommt er nochmal die Chance bei uns und am Ende geht er dann doch. Aber ja, ist jetzt so, ein bisschen Geld gab es auch noch dafür. Und ja, um nochmal ganz kurz auf ihn jetzt bei der Hertha zu blicken, lustigerweise in seinem Eingangsstatement da bei seiner Vorstellung, im Video hat er gesagt, kreieren, in Ballbesitz sein, Chancen rausspielen, ins letzte Drittel kommen, sofort ins Gegenpressing, das sind Sachen, die ich liebe. Wenn man sich jetzt mal die Zahlen anschaut in der Saison, also kreieren und Chancen rausspielen, der Klub hatte den viertniedrigsten Expected Goals-Wert der zweiten Bundesliga, hat vielleicht dann doch nicht so gut geklappt. Ins letzte Drittel kommen, ja, der Klub hat die wenigsten Pässe ins letzte Drittel in dieser Saison gespielt. Im Ballbesitz sein war nur in 46% der Fälle der Fall, boah, schlechtes Deutsch, aber 46% Ballbesitz auch nicht die Welt und statistisch auch das schwächste Gegenpressing. Also beim Klub hat zumindest nicht alles davon geklappt. Wie viel Schuld jetzt da Christian Fjell hatte, wie viel der Kader hatte und das Umfeld und sonst was, gehört jetzt glaube ich nicht mehr hierhin, aber hat er auf jeden Fall einiges zu tun bei der Hertha. Ja, ich glaube, damit können wir das Thema Christian Fjell abschließen, so wie wir vor zwei Wochen das Thema Dieter Hecking abgeschlossen haben und können uns der Zukunft widmen, die jetzt heißt Miroslav Klose. Seine erste richtige Cheftrainerstation war ja erst eine, war jetzt nicht die beste, war Saison 2022, 2023 beim österreichischen Erstligisten Alltag. Man muss dazu sagen, Alter, eine Mannschaft, die jetzt nicht zur Upper Class des österreichischen Fußballs zählt, sondern ja eher da unten drin gegen den Abstieg kämpft. Das war auch dann in der Saison der Fall, lief nicht wirklich gut für Klose. Hatten wir auch eine Analyse zu, hat am Anfang viel oder noch mehr versucht, mit Ballbesitz zu agieren, dann in einem 4-2-3-1-System spielen lassen. Nicht in einem 4-3-2-1-System, wie es in unserem Artikel steht, das war ein kleiner Zahlendreher. Ja, aber es wurde dann im Laufe der Saison immer pragmatischer, aber deswegen auch nicht besser. Struktur hat gefehlt, immer wieder große Abstände zwischen den Mannschaftsteilen und viele lange Bälle auf den Zielspielern, auf den Zielspieler, Zielspieler, schwieriges Wort, hatte 13 Kopfbälle pro 90 Minuten. Das waren die meisten aller Stürmer. Also das hat dann schon gezeigt, dass man da im Spielaufbau nicht immer ideenreich war. Und ja, was geklappt hat, zumindest phasenweise, war diese hohe Aggressivität und Intensität, die ja der FCN auch wieder haben möchte gegen den Ball. Also da war man sehr attraktiv, nicht unbedingt, aber aktiv, hat hochgepresst. Auch da gab es immer wieder Lücken, aber auch immer wieder hohe Ballgewinne. Also ja, war nicht alles schlecht, aber auch nicht alles gut. Ich glaube, du hast da auch nochmal einen genaueren Blick drauf gebrochen. Ja, also du hast dir direkt nach der Verpflichtung das mal angeschaut. Ich habe jetzt hier vor der Sendung ja noch ein paar Sequenzen angeschaut, ein paar Zahlen angeschaut, eben aus Alltag. Und auffällig ist eben auch, also du hast ja schon gesagt, am Anfang versucht viel schon fußballerisch zu lösen. Dann war es mal eine Folge, ich glaube, von fünf Pflichtspielen Niederlagen in Folge, schon früh in der Saison. Dann nach dem siebten Spieltag, wenn man jetzt mal die Werte da davor vergleicht mit denen danach, dann sieht man schon, dass er da eine klare Umstellung vorgenommen hat. Also Anfang der Saison waren es gut 55 Prozent Ballbesitz. Danach waren es dann nur noch 48 Prozent im Schnitt, also sieben Prozent schon ein großer Unterschied. Pässe von 418 gespielten auf 353 runter. Passquote auch von 81 auf 76 Prozent runter. Also das belegt das Ganze nochmal, dass da wirklich dann schneller der lange Ball gesucht wurde, weniger über Flachrausspielen hinten gelöst wurde. Also ja, allgemein finde ich, wenn man sich, erinnert mich jetzt so ein bisschen an Enrico Maaßen, der auch mit dem Klub in Verbindung gebracht wurde, der ja auch eigentlich ein Verfechter von spielerischen Lösungen ist. Aber bei Augsburg da mal, ich glaube, mehr weg von seiner eigentlichen Idee kann man gar nicht kommen. So weit war es bei Klose nicht. Du hast es ja gesagt, gegen den Ball ist es dabei geblieben. So hohe Balleroberungen sind sogar ein bisschen mehr geworden der Zeit danach, wo es dann einfach viel um zweite Bälle ging. Defensivduelle von 61 auf 75 hoch. Also wirklich die Intensität, die Aktivität, da kann man nichts vorwerfen. Aber du hast es ja auch schon geschrieben, schon gesagt, habe ich mir auch nochmal angeschaut, wenn man sich da bei einigen Szenen anschaut, was da für Löcher zwischen Viererkette oder Dreierkette oder wie auch immer halt in der letzten Linie verteidigt wurde und dem Mittelfeld davor sind. Das sind schon große Abstände. Ja, letzte Saison ja schon beim Klub Problem gewesen, Abstände. Da war es aus meiner Sicht immer so, dass du halt nie in hohe Balleroberungen kamst beim Klub, weil die Abstände zwischen Stürmen, also zwischen denen, die vorne anlaufen sollten und die Mittelfeld dahinter riesig waren. Und im Alltag bei Klose war es jetzt aus meiner Sicht halt so, dass das Mittelfeld zwar mit vorne angelaufen ist, aber zwischen Mittelfeld und Abwehr eben ein Riesenloch war. Und ja, das ist beides schlecht, ist beides nicht gut. Ich hoffe, dass das besser wird. Du hast gesagt, der Kader war nicht top, aber das sind schon auch Sachen, die du, glaube ich, kaderunabhängig ein bisschen besser lösen kannst. Aber, muss man auch sagen, Klose hat ja auch selbst bei der andere SPK gesagt, für ihn eine sehr lehrreiche Zeit gewesen, Alltag. Und, dass jeder Trainer sich bei jeder Station verbessert. Und du hast es gesagt, es war seine erste Cheftrainer-Station. Deswegen, ja, klar, dass er da noch lernt, muss man hoffen und kann man, glaube ich, auch von ausgehen. Ja, man kann es ihm ja auch durchaus positiv auslegen, dass er dann auch nochmal versucht hat, auch taktisch was anzupassen, da nicht stur bleibt, sondern einfach seine 4-2-3-1-Formation mit dem Versuch des Ballbesitzfußball durchzieht. Also hat er was probiert. Ich habe auch nochmal die Alltag-AntrittspK damals von 2022 nochmal kurz reingehört, wie ihn da der Sportdirektor oder wer auch immer das war von Alltag vorgestellt hat. Hat gesagt, ein Trainer mit einer aktiven Spielidee auf Prinzipien aufbauend und eben flexibel. In der AntrittspK in Nürnberg haben wir ja noch nicht so viel erfahren können. Dynamik. Was denn seine Spielphilosophie ist. Gewisse Ballbesitze. Ja, Jotti hat da nichts zu gesagt. Klose hat dann gesagt, Dynamik erzeugen. Ja, das kann man sich noch nicht so viel darunter vorstellen. Ich glaube, jeder will, wenn er angreifen möchte, Dynamik erzeugen und muss auch Dynamik erzeugen. Ja, auch damals wurde er zu seiner Spielphilosophie gefragt. Hat er auch gesagt, er will ja noch nicht so viel vorgreifen. Möchte das erstmal mit seiner Mannschaft durchgehen. Hat er klare Vorstellungen, was ihm wichtig ist. Die Fans müssen sehen, dass die Mannschaft alles gegeben hat. Ja, eine gern genommene Floskel von Trainern hat, glaube ich, Fjell auch vor der Saison... Nach der Saison nicht mehr. Ja, so gehandhabt. Also es ist jetzt nichts Verwerfliches, das zu sagen. Man hat es ja dann auch gesehen, die Intensität hat auf jeden Fall gestimmt. Ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Dass es gut war, dass Klose nicht stur sein Ding durchgezogen hat. Ja, also da auch flexibel war. Ich weiß nicht, hast du noch was zum Thema Alltag zu sagen? Ja, also ich könnte es noch ein paar Zahlen nennen, aber ich glaube, dass das Ganze so grundsätzlich ist klar geworden, was da nicht funktioniert hat. Ja, das Ding ist halt im Alltag, muss man wirklich sagen, war der Kader nicht gut. In München war er gut. Wo du ja auch nochmal drauf blickst, jetzt in Nürnberg ist es so ein Mittelding. Inhaltlich ist es, glaube ich, auch klar, dass es schon wieder... Ich meine, klar, also ich fand seine Antrittspressekonferenz jetzt auch alles andere als spannend. Muss man aber auch sagen, ich glaube, das ist für die Medienvertreter und auch für Klose eine komische Situation gewesen, weil keiner wusste vorher, auf wen er da trifft. Und deswegen, ja, du kannst natürlich auch die geilsten Sachen in Pressekonferenzen bei deinem Antritt erzählen und dann halt nichts davon einhalten. Deswegen, ja, ich fand es jetzt auch nicht spannend, was er gesagt hat, aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Und was du schon gesagt hast mit... Er hat es nicht stur durchgezogen und auch was er im Alltag zu Beginn da gesagt hat und seiner PK will das Ganze erst mit den Spielern durchgehen, den Spielern besprechen. Das finde ich an sich ein gutes Zeichen, dass er dann anscheinend ein Trainer ist, der nicht Schema A vorgibt. Und das wird jetzt durchgezogen, sondern das halt auch an den Kader anpasst, den er hat und dementsprechend dann auch Entscheidungen trifft und vielleicht auch ein paar Details dann eben an Kamm-Kader immer anpasst. Ja, auch eine Frage gewesen, mehrfacher Art. Ja, was für Spieler, welche Spielerarten braucht man jetzt? Ich glaube, an sich. Er hat ja auch gesagt, die Spielphilosophie von Christian Fjell zu ihm wird sich jetzt nicht viel ändern. Also ich glaube dementsprechend... Läuft wie immer. Ja. Ich glaube dementsprechend, dass die Spielerprofile, die man beim Klub sucht, sich nicht groß ändern werden. Eine Achse wurde auch von ihm angesprochen. Ja, da ist man im Zentrum immer noch dünn aufgestellt, glaube ich, was so eine Achse belangt. Du brauchst Flügelspieler, die eins gegen eins können. Du brauchst natürlich Stürmer, die Tore schießen. Also ich glaube, dass sich jetzt für die verantwortlichen in Sachen Scouting, Transfers, Kaderplanung nicht so viel geändert hat. Nee, und das sollte ja auch so sein, wenn der Verein eine klare Philosophie hat, wie sie jetzt der FCN hoffentlich hat, dass man da Trainer unabhängig verpflichtet. Allerdings, das muss man dazu auch sagen, ist auch eine Frage von Sebastian, glaube ich. Nee, von wem? Darum habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Welche Frage? Das war per Mail. Und zwar, inwiefern wir glauben, dass der Trainer Einfluss auf die Transfers hat. Von Bobby. Von Bobby, genau. Hat auch uns nochmal ein riesen Kompliment ausgesprochen. Das ist natürlich nicht zu vergessen. Danke für dein Feedback. Hat uns wirklich gefreut. Genau, er hat dann nochmal gefragt, inwiefern wir glauben, dass Klose da Einfluss hat auf das Transfer geschehen. Und ich glaube, nachdem wir die letzten Wochen so gesehen haben, schon ein deutlich größeres, als vielleicht erwartet. Denn es ist ja in den letzten Wochen relativ wenig passiert. Es sollen ja die ein oder anderen Transfers schon in der Pipeline gewesen sein. Ja, anscheinend wurde da das eine oder andere gestoppt. So zumindest erkläre ich mir die Flaute bisher. Und ja, wahrscheinlich wird da Klose dann schon ein Wörtchen mitreden können. Das sehe ich auch so. Er hat es ja auch klar gesagt bezüglich Co-Trainer, dass er da auch eine klare Idee hat. Die hat er in Joti weitergegeben. Das hat er auch gesagt. Deswegen, ich glaube, ähnlich wird es bei Spielern sein, dass er davon schon mitsprechen darf. Jell hätte die Saison auch viel mitreden dürfen. Und deswegen glaube ich auch, dass Klose da schon mit involviert ist. Wird es natürlich nicht allein entscheiden, aber ein Veto könnte er wahrscheinlich einlegen. Und ob ich das jetzt gut finde, dass der Klub, also ich finde es gut, klar, dass der Trainer Mitspracherecht hat. Aber wenn es so ist, was wir nicht wissen, aber wenn es so ist, dass der Klub jetzt die letzten Tage und Wochen im Transfer erst mal Abstand genommen hat, weil eben kein Trainer da war, dann weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. Ja, ich eigentlich auch nicht. Aber wenn jetzt die Neuzugängen dafür richtig geil sind, dann kann ich es auch verkraften. Ja, nochmal zurück zur Kloseszeit beim FC Bayern, bei der U17. Da habe ich auch mit jemandem gesprochen, der den FC Bayern Campus genauer verfolgt, um da mal seine Eindrücke über Klose einzuholen. Und auch er hat gemeint, er war damals ein Trainer, der viele taktische Experimente gemacht hat, sich viel als Trainer ausprobiert hat, viel taktisch gewagt hat, versucht hat, innovativ zu sein. Nein, tatsächlich lässt sich das auch statistisch belegen. In der Saison 19-20 hat er tatsächlich elf verschiedene Formationen über die gesamte Saison hinweg, die ja zum Ende raus abgebrochen wurde, aufgrund von Corona, ausprobiert. Am häufigsten war es dann ein 4-2-3-1, dahinter ein 3-4-2-1, also hat dann häufig auch mal rotiert zwischen Viererkette und Dreierkette. Wenn wir schon mal beim Thema sind, was glaubst du, was könnte Klose in Nürnberg spielen lassen? Dreierkette wird es, glaube ich, nicht. Da hast du keine, ja gut, mit Hofmann hättest du auch verreichtert. Aber halt Suarez, frage ich mich, was du dann mit Suarez machst. Chamra sehe ich auch nicht prädestiniert. Also eigentlich hast du ja zwei Außenverteidiger, die eigentlich am stärksten sind, wenn sie ins Zentrum einschieben. Und ob er dann beim 4-3-3 bleibt oder vielleicht sogar 4-2-3-1. Aber das sind ja auch aus meiner Sicht Nuancen. Can Usun war ja auch kein 4-3-3-1, war ja kein Achter. Nee, nee. Frag Fjell mal, was er dazu hält, wie Usun als Achter gegen den Ball war. Aber, ja, also, wenn Görtler noch kommt, klar, dann ist das ja, wenn du jetzt mal sagen würdest, du hättest Flick, Kastrop und Görtler vielleicht da, dann klingt das ja wieder nach 4-3-3. Also Viererkette und zwei Außen, die die Linie halten. Ja, das auf jeden Fall. Kann man, glaube ich, sagen. Also ja, Viererkette, da bin ich schon überzeugt von, dass das wird. Ja, nochmal zu dem Gespräch mit dem FC Bayern Campus Beobachter. Ja, er hat gemeint, er sieht oder er hätte eigentlich gedacht, Klos ist eher so der Co-Trainer-Typ im Profifußball. Er hält ihn schon für jemanden, der im Individualtraining, auch das haben wir ja auch schon anklingen lassen, richtig gut ist, der dann den Spielern Sachen beibringen kann, so kleine Sachen, wie zum Beispiel, wie stelle ich den Körper rein oder wie bewege ich mich als Stürmer im 16er. Also, ja, das sind dann schon eher seine Stärken, die er gesehen hat. Ja, er fand es auch nicht gut, dass er da taktisch so viel probiert hat. Er hat gemeint, die U17 ist nicht der richtige Ort für, ja, weiß ich nicht, wenn du so als Trainer in U17 anfängst, wieso sollst du dich nicht als Trainer auch mal ausprobieren? Ja, das hast du schon oft. Also, klar, jetzt nicht Vogelwild jedes Spiel durchwechseln. Apropos Vogelwild gab es dann auch eine Partie, die er da als Beispiel genannt hat, weil er da eben so viel probiert hat, hat man dann zum Beispiel gegen Augsburg, ich glaube, wie aus dem Nichts, auf einmal 7-2 verloren, war da hinten ziemlich offen. Musiala hat da im Sturm gespielt. Ja, also das so grob zu Kloses Zeit, wie sie zumindest hier eingeschätzt wird. Also jetzt auch keine 10 von 10, trotz guter Ergebnisse. Nee, also insgesamt hat er es als nicht positiv bewertet. Ja, ist natürlich eine subjektive Meinung. Ich meine, die Ergebnisse waren ja, also Meisterschaft, glaube ich, gewonnen, oder? Also halt die Runde in der Süd gewonnen und dann im Halbfinale aber gegen Köln so in Summe 0 zu 5 rausgeflogen, zwar auch zweimal Rot bekommen, hast du gesagt, aber... Ja, was mich positiv stimmt, zum einen die Daten waren ja schon so dominanter Fußball, was natürlich wahrscheinlich der Kader vom FC Bayern U17 so hergibt, aber dass er immerhin taktisch versucht, innovativ zu sein, das ist ja dann auch schon mal ein positives Zeichen. Auch nochmal kurz, datentechnisch zu der Saison beim FC Bayern, die waren sehr geduldig im Spielaufbau, das hat man gesehen, zumindest phasenweise, denn der lange Ball hinter die Kette war auch immer wieder erlaubt, also da schon versucht, flexibel zu sein, haben dann auch meistens im Dreieraufbau das Spiel angetrieben, das heißt unabhängig von Drei- oder Viererkette, meistens drei hinten, hat er eben auch, um nochmal auf Spielertypen zu kommen, das sind eigentlich genau die Spielertypen, die man jetzt auch bei Nürnberg braucht, also spielstarke Innenverteidiger dazu, sehr viel über die Außen gemacht, über die Außenstürmer, sehr viele Dribblings über die Flügel, da natürlich die Qualität im 1 gegen 1 eingesetzt, auch das wird beim FC Nürnberg gefragt sein, ja, ich habe es schon gesagt, immer wieder Läufe hinter die Kette, auch mal den langen Ball, auch mal den Gegner überraschen, also da schon versucht, flexibel zu sein, im letzten Drittel haben dann schon ab und zu mal die Ideen gefehlt, fast 50% der Abschlüsse in der Saison 19-20 waren von außerhalb des Sechzehners, also das ist schon ein starkes Stück, hat er auch keinen richtigen Stürmertypen, so wie ich das überblickt habe, viele Dribbler, die Tore geschossen haben, hat er auch beispielsweise einen Kabadaghi vorne drin gespielt, in der Doppelspitze, der jetzt Schalke verlässt, wäre auch vielleicht eine Überlegung, Kabadaghi und der Klose gespielt in der Jugend, der FCN sucht auf Außen schnelle Spieler, was Kabadaghi ist, aber soll wohl vor einem Wechsel nach Glasgow stehen zu den Rangers, ja dann gegen den Ball noch sehr intensiv, wie es eben auch schon im Alltag war, sehr mannorientiert, was dann auch mal ein gewisses Risiko mitbringt, dann waren auch die Chancen, wenn die Gegner zu Chancen kamen, dann meistens auch ein wenig Hochkarätiger, ja das nochmal zu seiner Zeit beim FC Bayern, die ihm vielleicht als Trainer auch dann weitergeholfen hat, um sich zum ersten Mal auszuprobieren, die Schlüsse, die richtigen Schlüsse konnte er im Alltag noch nicht anwenden, ja wir haben es gesagt, auch schwieriges Pflaster natürlich, ja jetzt konnte er zweimal lernen und jetzt in Nürnberg, alle guten Dinge sind drei, das sehen wir es doch einfach mal so. Genau, ein Punkt noch, wobei, nee den können wir nochmal später machen, ich habe noch einen Spieler mitgebracht, aber eine Frage, die mir gerade einfällt, die vielleicht jetzt gut passen würde, weil ich ja gerade gesagt habe, dass hier mein Kontakt gesagt hat, er sieht ihn eher als Co-Trainer, war ja auch die Frage, welcher Typ Co-Trainer sollte jetzt für Klose kommen? Peter Herrmann oder Fabian Hürzler in die Richtung, war die Frage. Übrigens von Marco kam diese Frage. Ja, also man muss sagen, den Typ Fabian Hürzler hat man ja zumindest einer, der halt viel Inhalte, viel auf Inhalte Wert legt, mit Jerome Polenz, der im Trainerteam bleibt, was er so heißt, aber nichtsdestotrotz sucht man natürlich noch einen Co-Trainer. Aus meiner Sicht, wenn ich jetzt Klose beschreiben müsste, was er gut kann, was er nicht gut kann, auch das, was dein Kontakt da gesagt hat, mit er, dass er eigentlich der Typ Co-Trainer ist, also ich sehe jetzt bei Klose auch nicht den Typen, der eine Kabine so richtig anzündet. So wie Dieter Hecking. Das muss dann Joti selbst machen. Nein, also ich weiß nicht, so einen, der ein bisschen, ja, ein bisschen vielleicht ein lauteres Organ mitbringt, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, inwiefern da das restliche Trainerteam über sowas schon verfügt. Also ich glaube, dieses Element wäre ganz cool, wenn einer mit reinbringt und natürlich schon auch noch einen, der inhaltlich viel kann. Also Klose ist, glaube ich, wie gesagt, auch einer der so Dinge wie Menschenführung, dass er das ganz gut kann, und dass er auch individuell sich um Spieler gut kümmern kann. Aber dann so das Ganze, das große Ganze, Matchplan etc., ich glaube, dass du inhaltlich da schon noch einen guten Mann brauchst. Also wäre ich, ja, ich wäre eher beim Typ Fabian Hürzeler, aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich Fabian Hürzeler für einen sehr guten Trainer halte. Du? Ja, ich sehe es ähnlich, weil Klose eigentlich schon der Typ ist, der eigentlich so wie der Co-Trainer vielleicht einen besseren Draht oder einen guten Draht zu den einzelnen Spielern hat. Ja, deswegen würde ich da auch so einen jungen Taktiker holen, der da sich wirklich richtig gut auch mit einbringt. Nicht so den älteren Papa, der dann auch nochmal zu den Spielern ein gutes Verhältnis pflegt. Deswegen eher so, ja, mehr so den inhaltlichen Typ, würde ich sagen, und jungen Typen. Ja, sich. Klose auch nochmal vielleicht zu seiner Person, heißt ja, dass er jetzt ein bisschen ruhiger ist, aber es ist auch eine andere Art von Führung, von Mannschaftsführung. Ich glaube, auch mit der, mit dem Führungsstil kann man Erfolg haben und ich glaube trotzdem, dass Klose dann schon fordernd und auch lauter werden kann im Kreise der Mannschaft. Sich selbst beschreibt er als sehr positiven Trainertyp, mein, der immer wieder Zuspruch auch den Spielern gibt. Finde ich an sich auch gut, aber wie gesagt, auch da macht es, glaube ich, immer die Mischung im Trainerteam, dass der im Detail, wie du die Spieler dann anpackst, so an sich, glaube ich, als Mensch gibt es über ihn mal gar nichts vorzuwerfen, weil er auch einer, der immer bodenständig war, obwohl er eine herausragende Karriere hingelegt hat, einer, der nie irgendwie abgehoben ist, immer am Boden geblieben ist, demütig, ich glaube schon, auch ein harter Arbeiter, der auch weiß, dass es für ihn jetzt eine Chance ist, vielleicht auch die letzte Chance, sich jetzt auf dem Niveau im deutschen Profifußball beweisen zu können, und die erste. Ja, die erste und aber vielleicht auch die letzte, könnte ich mir schon vorstellen, deswegen, ja, also ich glaube, er wird auf jeden Fall, am Fleiß wird es auf jeden Fall nicht scheitern und noch eine Frage, die wir da auch noch reinhauen können, von Schmegor, haltet ihr eine offensiv ballorientierte Ausrichtung des FCN in der zweiten Liga für erfolgsversprechend oder seht ihr eine pragmatisch ergebnisorientierte Ausrichtung aller Rene Weiler als aussichtsreicher an? Also fang einfach mal an, prinzipiell glaube ich, dass es kein Gut oder Schlecht bezüglich Ausrichtung gibt, du kannst mit jeder Art erfolgreich sein, ich persönlich präferiere schon eine aktive, auf Ballbesitz, ja, fußende Struktur und Herangehensweise, das würde ich mir auch wünschen, aber was auch ganz klar ist in der zweiten Liga, du brauchst eine gute Balance, das ist ganz klar, du musst defensiv stabil sein, ob das dann, ja, also pragmatisch, ergebnisorientiert, wenn ich viel den Ball habe und aber immer eine gute Absicherung habe, dann ist das ja auch vielleicht irgendwo pragmatisch, also deswegen kann man es glaube ich nicht pauschal sagen, aber es ist kein Zufall, dass letztes Jahr St. Pauli und Kiel, die hochgegangen sind, die beiden besten Defensiven, glaube ich, hatten der Liga, das Jahr davor Heidenheim und Darmstadt sind hoch, die haben alle vier Teams ganz anders Fußball gespielt, aber alle vier Teams hatten in ihrer Saison die beste Defensive mit der zweiten Liga und ich glaube, darüber musst du kommen, also du brauchst eine gute Balance, du musst Tore schießen, aber, ja, du musst halt auch einfach mal dreckig 1-0 gewinnen können, halt keins fressen, deswegen, ja, Balance ist glaube ich das Schlagwort, aber an sich, Joti hat ja da St. Pauli, Leverkusen, Stuttgart genannt, das sind schon Teams, die den Ball haben wollen, also, ja, und auch Klose steht ja an sich dafür, deswegen, ja. Ja, sehe ich ähnlich, geht ja auch im Fußball immer um Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeiten möglichst zu erhöhen, ein Spiel zu gewinnen und wenn ich jetzt viele pragmatischere Spielstile mir ansehe, dann geht es ja auch viel über lange Bälle und dann zweite Bälle, klar, kannst du dich da auch gut positionieren für die zweiten Bälle, aber zweite Bälle ist auch immer so ein, so eine Variable, wo du dir nicht sicher sein kannst, wo du nicht so die Kontrolle hast, wie wenn du es jetzt im Ball bis jetzt Fußball hast, ja, ich glaube, es ist eine Geschmacksfrage, aber ich glaube auch, dass jetzt vor allem in Nürnberg und auch über Jahre hinweg so ein kontrollierter Ansatz nachhaltiger ist. Ja, sehe ich auch so. Kann dir zum Beispiel Nürnberg oder Klose entscheidet sich jetzt für so einen pragmatischen Stil, kann sein, dass das mal eine Saison richtig gut geht und man dann damit vielleicht sogar aufsteigt, aber ich glaube, wenn man das ja über Jahre hinweg macht, ich glaube, das holt dich dann früher oder später wieder ein, zum Beispiel Union Berlin, würde ich da jetzt mal nennen. Kann man so nennen, ja. Ja, ich glaube, das war, also wenn wir uns auch immer die Daten angeschaut haben. Mehr überperformen kann man nicht. Und deswegen war es jetzt auch keine Riesenüberraschung, dass man da nichtsdestotrotz den Weg von Union Berlin, den würde ich nehmen. Ja gut. Aber, aber ja, ansonsten, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt fährst du mich raus. Deswegen wäre auch Urs Fischer übrigens nicht Träne für den FCN gewesen. Aber es ist ja Miroslav Klose, deswegen bleiben wir bei ihm. Genau, und das wollte ich sagen, auch den Kader und die Transfers bisher, wenn du dir anschaust, dann musst du da auch Fußball spielen ein bisschen mit. Also in den Lubach kannst du nicht holen, um nur die Bälle vorzupflocken. Du hast mit Flick einen auf der Sechs, der auch keiner ist, der überwiegend über sich über Füßes und sonst was sich definiert mit Chambu und Danilo Soares Außenverteidiger, die du nicht einfach die Linie drauf runter schicken solltest. Ja, also, nee, wir werden schon Fußball nächstes Jahr sehen in Nürnberg und das ist auch gut so. Ja, ein Name, der jetzt auch mal häufiger im Zuge der Verpflichtung von Klose genannt wurde, ist Julian Canja, wo er jetzt einige die Hoffnungen haben, dass er unter Klose einen Putt-Durchbruch schaffen kann. Ich glaube, war auch eine Frage, ob es jetzt wahrscheinlicher ist, dass er bleibt durch Klose. Ich glaube, in erster Linie ist er erstmal durch den 4L-Abgang wahrscheinlicher. Zum anderen kommt jetzt auch, glaube ich, viel auf die Vorbereitung drauf an, wie Canja sich da präsentiert. Also, ja, ich glaube, unabhängig von jetzt Klose oder wer auch immer neuer Trainer gewesen wäre, ist die Vorbereitung für Canja sehr wichtig, wie er sich da präsentiert. Und ja, ich habe auch da die Hoffnung, dass Klose ihm als ehemaliger Weltklasse-Stürmer ja, dem einen oder anderen Individualtipp, wie wir es schon gesagt haben, da mitgeben kann. Also, ja, kann man durchaus Hoffnung haben, dass er ihn da aufs nächste Level hebt. Das, was ja 4L immer von Canja gefordert hat. Klose kann ihm möglicherweise dabei ja helfen und auch hier wieder Vergleich mit Klose-Karriere, der ja, glaube ich, erst mit 21 oder 22 sein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Kann er jetzt auch 22, also wäre ein ähnlicher Weg. Ich glaube, Klose auch noch spät in der Kreisliga unterwegs gewesen, ebenso wie Canja, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren. Deswegen die ein oder andere parallele, schöne Geschichte, aber entscheidend ist dann auf dem Trainingsplatz. Ja, sehe ich ähnlich, aber an sich, klar, Canja wird jetzt nicht geweint haben über die Entwicklung beim Klub in den letzten Tagen und Wochen, wird da schon nochmal neue Hoffnungen in sich gefunden haben und klar, also Vorbereitung ist ja dafür da, vor allem muss man auch sagen, heute in der Woche ist Trainingsauftakt, bislang im Sturm sieht es noch dünn aus. Stand jetzt ist er Stürmer Nummer 1. Stand jetzt ist er, ja gut, es gibt ja noch Winsheimer und die Schalke. Eben, Canja ist Stürmer Nummer 1. Wer war noch der dritte Leihrückkehrer? Nischalke, Winsheimer und Dafferner. Ja, ich bleibe dabei, Canja ist die Nummer 1. Nein, aber die anderen Spiele, die du jetzt schon genannt hast, ist ja auch eine Frage, die uns erreicht hat. Wie werden Rebbe und Schatzi mit Verkaufskandidaten umgehen, wie eben zum Beispiel Dafferner und so weiter? Marquez, Geis, für die die Marktperspektiven eher bescheiden sind, also das wissen wir natürlich auch nicht im Detail, wie sie damit umgehen. Wir hoffen nur, dass sie die irgendwie verkauft bekommen, weil das natürlich auch Spieler sind, die zum einen den Kader... Zahl einen nimmt zwei. Ja, so in etwa, lassen wir so eine Aktion starten. Nein, das sind natürlich Spieler, die den Kader aufblähen, sei es im Trainingsbetrieb oder dann auch später. Das sind natürlich auch Spieler, die die Kapital irgendwie blockieren. Klar, musst du versuchen, im Idealfall die wegzukriegen, aber es ist natürlich nicht leicht. So ein Spieler wie Geis, der verdient beim Klub nicht wenig, der ist auf jeden Fall immer ein Mit-Top-Verdiener. Marquez ist sicherlich auch nicht aus der niederländischen ersten Liga hergewechselt für ein paar Euro, aber auf der anderen Seite, Marquez ist glaube ich auch ein Spieler trotzdem, der in seiner Vita ein bisschen was stehen hat. Ich glaube, da findet sich schon wieder ein Abnehmer, würde ich bei ihm jetzt tippen. Geis ist mit Sicherheit kein leichter Fall, war auch eine Frage. Ob wir glauben, dass Johannes Geis in den Überlegungen von Miro Klose wieder eine Rolle spielt, also ich glaube es nicht. Ich glaube, Johannes Geis beim 1. FC Nürnberg, das Thema hat sich erledigt. Nee, sehe ich jetzt persönlich nicht. Weiß nicht, ob du da noch Hoffnung hast. Ich nicht. Ich denke immer an seine gute Saison 19-20, die er glaube ich gespielt hatte, obwohl der Klub da in der Relegation landete und denke mir auch immer, er ist ja erst 31, ist ja auch noch nicht jetzt am Karriereende, aber es ist glaube ich alles nur Wunschvorstellung und realistisch gesehen wird sich da leider nichts mehr tun. Deswegen, ja, wird keine leichte Aufgabe da auch noch den einen oder anderen Spieler zu verkaufen, aber wir haben ja gelernt, auch bei Kadepp, dass Olaf Rebbe ein sehr guter Verkäufer ist, tatsächlich lustig. Das muss man wirklich sagen. Auch was jetzt Weckesser angeht, hieß ja am Anfang 500.000, da dachte ich mir, wow, Rebbe Masterclass, aber auch so, ich glaube 250 bekommst du jetzt und dann vielleicht noch den einen oder anderen Boni, also hat er gut gemacht. Ja, muss man wirklich sagen, also die Verkäufe, da kann man wenig vorwerfen, entscheidend ist halt die Transfers, die auf der Zugangsseite stehen, dass die passen, da werden die Weichen gelegt für die kommende Saison. Auf einer Position, muss man auch nochmal blicken, wo auch ein paar Fragen reinkamen, sind natürlich die im Tor. Jetzt hat man mit Michael Kukutschka oder wie auch immer man ihn ausspricht, wir glauben beide, Kukutschka einen Torwart verpflichtet, neben Ortegl, Reichert und Martenia und da viele Fragen erhalten von euch. Kai fragt zum Beispiel, meint ihr, dass Martenia aktuell nur noch die Nummer 3 ist? Ja, noch weitere Fragen, wer ist jetzt die Nummer 1? Also ich persönlich glaube und du glaubst es auch, dass der DFB-Torhüter Reichert auf die 1 ist. Martenia ist halt für mich die Frage, Martenia, also ich weiß, wir haben auch keine Antwort drauf, wo wir unsere, beziehungsweise meine Gedanken dazu, Martenia, als Torwart Nummer 3, wenn du ihn irgendwie begeistern kannst für, dann finde ich das nicht schlecht, weil trotzdem einer im Torwart-Team ist, der Erfahrung mitbringt, der glaube ich auch ein gewisses Standing hat, der mit Sicherheit auch den jungen Torhütern was mitgeben kann, das finde ich nicht schlecht, ich habe es aber auch, ich habe es auch in einem Artikel geschrieben, ich sehe ihn halt nicht in der Rolle, wenn du einen ernsthaften Herausforderer verreichert willst, dann hätte ich ihn auch nicht in der Rolle gesehen, weil er einfach mit seiner, mit seiner fußballerischen Limitiertheit, sage ich es jetzt einfach mal, funktioniert halt einfach nicht, wie der Klub Fußball spielen lassen wird. Und anscheinend willst du ja auch ganz klar diese Richtung gehen, dass du einen spielstarken Torhüter hast und es hat Kukuczka auch einen Torhüter, der in Slowenien oder Slowakei war, Slowakei, bei Trenzin da auch viel ins Spiel eingebunden war und stell dir mal vor, ein Reichert würde sich jetzt verletzen, ein paar Wochen ausfallen, dann hättest du mit Martina wieder das genaue Gegenteil drin und es würde genau gegen deine Spielidee sprechen, deswegen würde ich das jetzt auch so interpretieren, dass Kukuczka auch als klare Nummer zwei geholt wurde und nicht irgendwie klar auch irgendwo Reichert anzuspornen, aber nicht geplant, dass er ihm den Platz streitig machen soll. So habe ich zumindest auch die Aussagen, was diesen Transfer angeht, interpretiert. Rebbe hat ja gesagt, er soll die Entwicklung seiner Kollegen weiter vorantreiben, das heißt, Reichert weiß, dass da, wenn er jetzt nachlässt, hinter ihm einer wäre, aber wenn er sein Zeug macht, dann auch die Nummer eins bleibt, so interpretiere ich das und so hat es dann auch Kukuczka ähnlich gesagt, der das Torwart-Team bestmöglich unterstützen möchte. Also das klingt jetzt nicht nach einer Kampfansage, was du wahrscheinlich auch, wenn du neu kommst, noch nicht machen würdest. Ja, sehe ich genauso. Frage ist natürlich wirklich, was mit Christian Martegna passiert, ob er sich halt auch mit dieser möglicherweise Torwart Nummer drei Rolle zufrieden gibt, auf der Tribüne dann zu sitzen, wissen wir nicht. In den Aussagen war aber auch schon immer der Name Chris Martegna zu lesen von Olaf Rebbe und so weiter ergänzt das Torhüter-Team um den erfahrenen Chris Martegna und hat der Klub eigentlich viel dazu gepostet. Deswegen schaut es aktuell fast aus, dass man mit allen in die Saison geht und wenn es so ist, kostet sicherlich auch noch mal ein paar Euro mehr im Jahr, aber finde ich dann eigentlich auch keine schlechte Lösung, muss ich sagen. Wenn Martina sich damit zufrieden gibt, auf der anderen Seite, wenn vielleicht ein Angebot kommt, das für ihn passen würde, dann hätte man jetzt auch keine Not, ihn behalten zu müssen, sondern wäre da auch gut aufgestellt. Also ja, vielleicht könnte es dann für alle Beteiligten eine gute Lösung gewesen sein. Ja, Kukuczka ist natürlich die Frage, er ist ja auch noch relativ jung, 22 Jahre alt, also eigentlich auch jemand, der spielen möchte. Wir werden sehen, aber ansonsten, Tim hat uns ja auch noch gefragt, was unsere persönliche Meinung zu den bisher getätigten Transfers ist. Also Kukuczka an sich, haben wir ja schon gesagt, gibt es auf jeden Fall einige Argumente, die dafür sprechen, auch ansonsten Lubach, muss ich sagen, guter Transfer, Jander, sehr guter Transfer, Danilo Suarez, gibt es auch viele Gründe, warum er ins Profil passt, vor allem auch mit dieser Vertragsoption, das ja eigentlich gar kein Risiko beinhaltet. Also die Transfers, die bis jetzt getätigt wurden, bekommen für mich durchweg eine gute Note. Das Problem ist halt, auch zum Vergleich, wenn jetzt datentechnisch, wenn wir da jetzt Marquez genommen hätten, letzte Saison, wäre zum Beispiel einer, der hätte nicht gepasst dann. Und das ist bei diesen vier Spielern jeweils der Fall. Ja, also muss man wirklich sagen, die Transfers bislang, die getätigt wurden, sind gut, aber die machen auch Lust auf mehr und ich hoffe, dass da bald mehr kommt. Ja, war ja relativ ruhig die letzten Tage. Zu ruhig. Diese Woche muss doch dann eigentlich mal was passieren. Ich glaube, eigentlich schon. Am Sonntag ist, glaube ich, Trainingsauftakt, wenn ich das richtig in den Augen habe. Ich glaube, heute in einer Woche. Heute in einer Woche? Also wir nehmen am Montag, Vormittag, Mittag ist es jetzt auf und ich glaube, am 24. Das Trainingsauftakt. Mal schauen, wer ihn mal da dann Neues noch auf dem Platz sieht. Ja, einen, den man neu sehen wird, der nach einem Jahr wieder zurück ist, ist Bräunig. Ja, bezüglich Kaufoption des Jahren. Ja, haben wir jetzt auch nicht mehr Infos. Sieht aktuell nicht danach aus, dass da noch irgendwas passiert. Olaf Reppe hat ja auch gesagt gegenüber Bild, dass er sich, oder dass man sich auf ihn freut und dass vielleicht sogar ein IV-Duo zwischen Jeltsch und Bräunig möglich wäre. Hat er zumindest nicht verneint. Auch eine Frage von Stabila auf Twitter, was denn dagegen sprechen würde aus dieser, gegen diese Bubi-IV. Grundsätzlich vielleicht erst mal nichts. Jeltsch, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Er ist gefühlt jetzt mit seinen 17 Jahren, ist bald 18 im Juli glaube ich. Alter Hase. Ja, ist glaube ich inzwischen auch fast schon Innenverteidiger Nummer 1. Brauchen wir nicht drüber reden. Neben ihm dann Bräunig, 20 Jahre alt, auch ein junger Verteidiger. Was würde gegen die beiden sprechen? Also was man sagen kann, sind beide Innenverteidiger, die vorwärts verteidigen, die aktiv verteidigen. Es wäre zum einen mal positiv, weil der Klub Probleme damit hätte. Müssten sich lediglich dann abstimmen, dass zumindest einer je nachdem absichert. Also das könnte vielleicht ein Problem werden, dass es dann zu proaktiv wird. Aber ich glaube, das ist eine Abstimmungssache. Ja, ich glaube das kriegt man. Das ist glaube ich eher positiv zu bewerten, dass beide das drauf haben. Negativer Punkt wäre, dass beide nicht die Kopfballstärksten sind. Jeltsch haben wir auch oft genug behandelt. Bräunig jetzt auch nicht die Top-Werte, trotz seiner 1,88. Aber ich glaube auch da ist noch Luft nach oben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist natürlich sowas ja immer, was ich für mich klar rausgehört habe. Joti und Klose gefühlt 18 Mal von Achse gesprochen und zwei, drei Spieler Achse im Zentrum. Ich komme natürlich immer darauf an, du musst die Achse nicht über Erfahrung und Alter definieren. Aber ich sehe zum Beispiel Florian Flick ist jetzt für mich auf der 6 keine klare Achse. Jeltsch traue ich das irgendwie schon zu. Ja, ist natürlich die Frage, ob man daneben vielleicht nicht trotzdem noch einen möchte. der, gut, da hast du natürlich noch Janis Horn. Du hättest außer, also neben den beiden Innenverteidiger, wenn es jetzt Bräunig und Jeltsch werden, hättest du zwei Erfahrene mit Jamra und Suarez. Ja, ja. Aber halt wie du redest gerade von der zentralen Achse. Also das ist, glaube ich, ein Thema, das man sich überlegen kann. Was ich halt schon spannend finde und was ja auch eine Frage war, welche Spieler könnten unter Klose eine größere Rolle spielen als zuvor? Da haben wir ja Kahn ja schon besprochen. Aber nochmal abschließend, was würde dagegen sprechen? Also grundsätzlich erstmal nichts. Erstmal nichts. Kann funktionieren. Kann funktionieren. Müsste ich mir auch nochmal im Detail überlegen. Aber an sich, klar, also gibt es schlechtere Kombis als die beiden Jungen da in der IV. Und was, ja, wenn ich jetzt den Bogen wieder spann, zu der Frage, die ich gesagt habe, die können ja auch, also Bräunig kann ja auch Linksverteidiger spielen, das hatten wir ja schon öfter thematisiert und Horn auch. Also egal, wer da gerade nicht spielt, kann ja auch als Linksverteidiger reinkommen, was glaube ich auch eine gute Sache ist. Und eben weil mit Tim Handwerker hatte Christian Fjell ja auch nicht das beste Verhältnis. Ich weiß, er ist noch lange verletzt, aber vielleicht überlegt man sich jetzt beim Klub auch, Mensch, wir haben hinter Soares noch zwei Innenverteidiger, die das auch gut auffangen können. Vielleicht warten wir einfach, bis Handwerker wieder fit ist. Das ist auch nur so eine Sache, die ich mir gedacht habe, die vielleicht sich durch den Trainerwechsel nochmal verändern könnte. Wirklich schade, dass er sich das Kreuzband gerissen hat, wäre es glaube ich auch eine sehr interessante Alternative, wenn er fit wäre. Ja, ich glaube, da können wir dann gleich auf die nächste Frage anknüpfen, was den Linksverteidiger angeht. Und zwar... Genau, was da noch passieren könnte. Das ist jetzt die Frage. Ja, also es hieß ja, man wolle noch einen jungen Linksverteidiger. Zum einen kann man Bräunig, könnte man ihn so interpretieren. Von Verpflichten wurde, glaube ich, nichts gesagt. Man will einen jungen Linksverteidiger dahinter. Das heißt, Irrigoyen wäre auch noch eine Option. Ja, hat man auch schon thematisiert. Es könnte natürlich auch sein, dass er in der U23 erstmal Spielpraxis sich holen soll. Ja, hat er noch kein Karrenspiel absolviert. Also es könnte auch sein, aber ihm auf längere Sicht oder mittelfristige Sicht, ist ihm so auf jeden Fall zuzutrauen. Aber wer weiß, vielleicht hat sich das ja jetzt wirklich nochmal verändert durch den Trainerwechsel. Dass man da irgendwie umdenkt. Das ist so eine Position, wo ich es mir irgendwie vorstellen könnte. Aber ja, ich sage mal, so ein Linksverteidigerersatz wird jetzt nicht maßgeblich alles entscheiden. Also da gibt es Positionen, die haben eine deutlich größere Priorität. Auch eine Frage, glaube ich, auch gleich anknüpfend, wo man denn noch handeln muss, war glaube ich die Frage. Überall. Nee, Sturm, Sturm, offensive Dreierreihe, Flügelspieler brauchst du auf jeden Fall einen der 1 gegen 1 kann, der ein bisschen mehr zum Zug zum Tor mitbringt, als die, die sich in der vorigen Saison da probieren durften. Stürmer, brauchst du mal mindestens einen richtig guten und vielleicht am besten auch noch einen dahinter. Natürlich mal schauen, was mit Kanja ist. Dann brauchst du auch klar, kein Zufall, dass es um Görtler und Co. Gerüchte gibt. Brauchst natürlich noch, Usunersatz ist das falsche Wort, aber halt einen offensiveren Zentrumspieler. Thailand Duman. Ja, weiß ich nicht. Anderes Thema, Thema für sich. Aber ja, da brauchst du auf jeden Fall noch was. Und, ja, Linksverteidiger, je nachdem, kann man sich auch überlegen. Innenverteidiger vielleicht, also es sind so Sachen, die kann, aber muss nicht. Und, eine Alternative auf der Sechs ist glaube ich schon auch noch was, was man mal überlegen sollte. Aber ist es nicht eigentlich Lubech? Lubech habe ich so herausgelesen, dass man den schon auch eine Reihe weiter vorne vielleicht so sieht, auf einer Acht. Und Lubech ist halt auch physisch für eine alleinige Sechs in der zweiten Liga, weiß ich nicht, ist halt dann auch wieder das Thema Achse. Und vielleicht auch das Thema, wie es dann Klose gestalten wird. Vielleicht ja auch wirklich eine Doppel-Sechs. Kann ja auch sein, dass es anders strukturiert im Spielaufbau. Dass, keine Ahnung, Kastrop sich neben Flick fallen lässt oder was auch immer, auch wenn man darüber diskutieren kann, ob das Kastrops Paraderolle ist. Aber ändert ja die komplette Statik, ob du da mit einem auf der Sechs oder mit zwei auf der Sechs aufbaust. Also, ja, das sind schon Sachen, die dann noch ein bisschen von Klose abhängen. Bin auf jeden Fall brutal gespannt. Schon auf die Vorbereitung. Ich glaube, da können wir dann erste schon zupieren. Ja, das weiß ich nicht, ob man die da schon ergänzt. Aber ja, auf die ersten Testspiele, unter welcher, keine Ahnung, welche Ordnung sie aufbauen, wie sie anlaufen, was so Pressing-Auslöser sind. Das sind schon Sachen, ob vielleicht auch mal Standards irgendwie ein bisschen besser sind, schlechter geht nicht. Ob man vielleicht mal selber aufläuft. Ja, genau, das ist die Hauptfrage. Nein, also, da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Ja, war übrigens eine Frage von Marek Mentalovic, neuer User auf X, der uns inzwischen folgt, kenne ich noch nicht lange. Was denn dagegen spricht? Oder, ja, Klose vorne, Spielertrainer, genau, wer sagt nein? Wir sagen nicht nein, weil einen Stürmer brauchst du und so hast du ja zwei. Und dann noch Marek Mental, äh, Mental, ich weiß dann gar nicht, wie ich da jetzt draufkomme. Marek Mental dazu holen. Und Jakob Mental, dem neuen U23-Klub hat. Dann wird schön das Namen aufgestellt. Um das noch zu sagen, weil ja eben diese Co-Trainer-Frage oft kam, ähm, Marek Mental, der sich ja da fast so ein bisschen selbst, ähm, ins Gespräch gebracht hat, der zweifelsfrei unglaubliche Verdienste für den 1. FC Nürnberg hat, aber ihn sehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Das ist eigentlich, eigentlich wie Klose, äh, vom Typ her. Ja, also ihn sehe ich jetzt nicht als den Trainertypen, der mir das auf Klose perfekt ergänzt. Das sehe ich zum Beispiel nicht. Ne, sehe ich genauso. Ja, ansonsten, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir noch Fragen, die wir vergessen haben. Eine Frage, die ich ganz interessant fand, auf die ich aber keine Antwort habe, hat uns auch bei Mail erreicht von Sebastian. Ähm, finde es auffällig, dass der Klub noch keinen Zugang verkündet hat, bei dem eine Ablöse geflossen ist. Kann sein, dass das mit dem neuen Geschäftsjahr zusammenhängt, das am 1. Juli beginnt. Angeblich ist aus den selben buchhalterischen Gründen doch auch der Usum-Abgang noch nicht rechtskräftig. Grüße mal, wieder aus Berlin, Sebastian. Spannender Punkt, interessant, ähm, keine Ahnung. Ja, ist ein interessanter Gedanke. Könnte, aber irgendwie glaube ich es trotzdem nicht. Also es klingt logisch, aber glaubst doch ziemlich, dass es nur daran liegt. Aber die Verträge gehen doch auch, alle, gehen die dann erst ab 1.7.? Ja, eigentlich, ja, ja. Aber nee, muss ja, ich glaube, wenn du im Trainingsbetrieb bist, dann musst du einen gültigen Vertrag haben wegen Arbeitsrecht und Unfall und bla, bla, bla. Aber die Spieler haben ja dort auch noch bis zum 3.6. woanders Vertrag. Ja, was weiß ich. Also, wir haben zwar wirtschaftliche Dinge studiert, aber wie ihr merkt. Irgendwie auch nicht. Also auf dem Papier, ja, in der Theorie, ja, in der Praxis, war man da selten anwesend. Also ich glaube, mich kennen wenige von der Hochschule, wenige Dozenten. Vielleicht auch besser so. Ja, vielleicht nur den Namen mal irgendwo gelesen bei den 5.0ern, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Studien übrigens erfolgreich abgeschlossen, nur dass der Vollständigkeit ist, dass mir hier nichts anderes unterstellt wird. Wichtig, wichtig, das zu erwähnen. Und ja, noch eine Frage, von Hofi 1900, wäre David Konatzki einer für den Sturm? Ja, den hatten wir tatsächlich auch schon mal vor vielen, vielen Wochen vorgeschlagen, dass man sich den mal anschauen könnte, der jetzt in Bremen nicht das beste Jahr hatte, vorher in Düsseldorf eine sehr gute Runde gespielt hat. aber gibt es auch Gerüchte um Kopenhagen und den HSV, die da auch angeblich dran sind. An sich ein Stürmer, der schon viel mitbringt, der zum einen Tore schießt, aber sich nicht nur über Tore definiert, der auch immer sich gut in die Halbräume fallen lässt, mal kurz kommt, mal zwischen den Linien sich bewegt, der schon auch mit dem Kopf in der Box was machen kann, aber auch wirklich technisch ganz gut ist, ein vielseitiger Stürmer. Deswegen ja, wäre sicherlich einer, der nicht schlecht ist, der sogar gut wäre, aber bei der Konkurrenz vielleicht auch fraglich, ob man da die besten Chancen hat, wenngleich natürlich HSV zum Beispiel, Klatzl bleibt ja glaube ich, oder? Ja, habe ich gelesen. Wird gemunkelt. Ja, Klatzl bleibt, die haben noch Nemet dahinter, ich weiß nicht, inwiefern er da Bock drauf hat, oder ob Baumgart vielleicht auf zwei Stürmer umstellt, keine Ahnung, aber wenn man eine Chance hat, wie auch immer, dann sollte man sich den vielleicht mal anschauen. Ja, bezüglich Neuzugänge, Neuzugänge wollte er immer gern Vorschläge hören, da ist mir einer ins Auge gestochen, der schon unter Klose gespielt hat, nämlich in der U17, da 15 Spiele unter ihm gemacht hat und da auffiel, indem er sehr dominant im Spielaufbau war, hat er 99 Pässe pro 90 Minuten gespielt, also über einen Pass pro Minute, auch wirklich sehr passsicher gewesen, mit 93 Prozent Passquote und das ist er auch heute noch, inzwischen 21 Jahre alt, Liam Morrison steht auch jetzt noch beim FC Bayern unter Vertrag, ist er seit 2019 aus Schottland gekommen, wo er herkommt, von Celtic und war jetzt in der letzten Saison ausgeliehen in die dritte englische Liga zu Wigan und hat da auch wieder seine Stärken im Spielaufbau gezeigt, tatsächlich unter 97 Innenverteidigern in der dritten englischen Liga war er, der mit der zweitbesten Passquote von 92 Prozent, nur einer war besser mit 93 Prozent, der hat allerdings auch deutlich weniger Vertikalpässe gespielt als Morrison, also auch jemand, der da progressiv spielen kann, hat er auch unter Klose bewiesen, sehr viele progressive Pässe gespielt, auch sehr präzise kam da jetzt bei Wigan in 30 von insgesamt 46 Spielen zum Einsatz, spielte da beim Tabellenzwölften, der allerdings einen spielerischen Ansatz wählte, zweitbeste Passquote der Liga, ruhiger Spielaufbau, 53 Prozent Ballbesitz, also das würde grundsätzlich passen, wird auch oder wurde schon mit Hummels verglichen, von der Art und Weise Fußball zu spielen, moderner Innenverteidiger, der auch eine gewisse Robustheit und Körperlichkeit mitbringt, einziges Manko wieder, nur 1,83 groß, das heißt auch nicht der Kopfballstärkste, ja, das war einfach so ein Name, der mit da ins Auge gestochen ist, 21 Jahre alt, falls man da noch handeln möchte und Klose vielleicht auf Namen aus der Vergangenheit zurückgehen möchte, wäre er vielleicht eine Option, ich glaube, wenn man in der dritten englischen Liga da eine gute Saison gespielt hat, hat auch einen guten Eindruck in Beginn hinterlassen, Fan-Feedback, sehr positiv, hat sich schnell integriert, gut reingepasst, ja, wäre auf jeden Fall einer, der zur Philosophie des FCN passen würde, einziges Manko wäre, wenn man jetzt wirklich, wie du von der Achse gesprochen hast, auch er ist jetzt kein alter Haudegen mit seinen 21, aber grundsätzlich könnte er passen. Ja, klingt, glaube ich, gut, ich glaube auch englische dritte Liga ist vom Niveau her schon auch nicht schlecht, in England fließt wahrscheinlich da mehr Geld als in der deutschen zweiten Liga, keine Ahnung, ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant, Thema hast du ja schon gesagt, im Kopfball halt die Frage, da ja der Klub da ohnehin nicht die stärkste Mannschaft war, aber, ja, wer weiß. Aber ich nur als Nebensatz, wie man dann halt auch die Flangen verteidigt hat, das war auch nicht so perfekt vielleicht. da hätte dann ein, ich weiß nicht, Daniel van Beuten viele Kopfbälle nicht holen können. Zum Beispiel, ja. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwelche Fragen? Ansonsten? Ja, so noch in die Richtung, wer denn zum Beispiel, Dustin Forkel zum Beispiel, wurde mir auch gefragt. allgemein U23, wer da im Trainingslager dabei sein könnte, stand jetzt, sehr viele, die haben ja glaube ich schon wieder angefangen. Ja, ja, da geht ja die Saison deutlich früher los. Das glaube ich, glaube ich, in einem Monat da schon Auftakt. Spiel, also, ja, die sind auf jeden Fall im Saft, wird sicher vielleicht der eine oder andere hochgezogen. Dustin Forkel wurde mir auch noch gefragt, ob man es ihm zutrauen, den Sprung, dieses Jahr unter Klose, ja, also, hat ja den, den Sprung von der U19 zur U23 schnell geschafft, da schnell auf sich aufmerksam gemacht. Also klar, warum sollte man so einem Jungen nicht zutrauen? Miroslav Klose, muss man ja auch sagen, soll nicht zu kurz kommen, was auch für ihn spricht. Er kennt eben auch wirklich Arbeit mit der Jugend, hat er bei den Bayern U17 gemacht. Dazu eben dieses, was ihm ja nachgesagt wird, dass er Spieler individuell schon gut betreuen kann. Also klar, gerade für solche junge Spieler, glaube ich, ist Klose dann schon ein guter Mann. Das ist, glaube ich, nicht das Fragezeichen. Fragezeichen bei ihm haben wir ja schon anderweitig genannt. Aber klar, deswegen Forkel, trauen wir das durchaus zu. Ja, Ikene fällt mir gerade noch ein, Sofian Ikene, ja, größtenteils in der U19 letzte Saison gespielt, da auch hervorgestochen als Innenverteidiger, beziehungsweise als Sechser mit einer wirklich guten Ballsicherheit, guten Passquote, auch aktiv gegen den Ball. Also, ja, vielleicht könnte er eine Option sein, ihn einfach mal im Trainingslager auszuprobieren, mit seiner Flexibilität, was Innenverteidigung, was Sechserposition angeht. Hat ja auch jetzt wieder sein zweites A-Länderspiel machen können, letzte Woche, glaube ich, gegen Belgien wurde er eingewechselt, wenn es auch nur fünf Minuten war, aber immerhin ist trotzdem eine Auszeichnung da, Einsatzminuten zu bekommen. Also auch jemand, den wir auf der Rechnung haben und, ja, wo wir uns auf die Entwicklung freuen. Ja, definitiv. U17, habe ich ja schon oft gesagt, in abgelaufenen Saison, da gab es viele interessante, Harkmeier, Haxiou vor allem, denen das zuzutrauen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Fall ist. Es sind beide, ich weiß gar nicht, ob sie schon 17 sind oder 17 Grad geworden oder sogar noch 16, vielleicht noch ein bisschen früh, aber, ja, auf jeden Fall um die Nürnberger Jugend, das ist auch klar, da braucht man sich keine Sorgen machen, da kann man sich auch in den nächsten Jahren drauf verlassen. Hatten wir Sanoben? dass da immer was nachkommt. Sanogo hat man natürlich nicht erwähnt. Sanogo oder Janisch, soll der eh? Janisch, ja, hat irgendjemand mal gesagt, haben wir irgendwo gelesen, dass der auch ein Profi Kader rücken soll, kann, was auch immer. Ja, also, aus der Jugend, da kommt auf jeden Fall was nach, aber auch klar, du brauchst natürlich auch Qualität von extern und da warten wir alle so ein bisschen drauf. Ja, haben wir jetzt noch Fragen? Also, ich habe auf jeden Fall mir keine mehr notiert, kann aber sein, dass ich was vergessen habe, also, seht es uns nach, falls, falls dem so ist, wenn euch trotzdem noch was brennend interessiert, dann schreibt uns gerne. eine allgemeinere Frage. Butzi fragt, ob wir uns in der Zukunft auch mal vorstellen können, Videoanalysen auf YouTube, Twitch zu machen, ja, ist tatsächlich schon etwas, was bei uns hinten im Gehirn irgendwo rumliegt, was vielleicht auch für die neue Saison ein Thema werden könnte. Wir sind uns nur noch nicht ganz einig, wie man, wie genau man das jetzt umsetzen könnte, also, ja, für die Zukunft, ob kurzfristig oder mittelfristig, auf jeden Fall eine Option und, ja. glaube ich auch was, wo wir viel Lust drauf beide haben, ein paar Videos zu machen, was zu erzählen. vielleicht mal direkt nach Spiel oder ähnliches, also, ja. vielleicht auch nichts Regelmäßiges, aber wenn es sich mal anbietet, dass man sowas vielleicht mal einstreut, aber, ja, auch unsere Gedanken sind diesbezüglich noch nicht ganz ausgereift. Ja, ich glaube, dann war es das mit dieser Folge, der ersten Folge seit Miroklose. Ja, und die hoffentlich eine von vielen, von ganz vielen mit mir, Miroklose hoffen wir mal, dass er hier, trotz der Skepsis, die ich persönlich nicht, nicht verbergen möchte, bin ich auch ehrlich, ist nach wie vor jetzt keine Wahl, wo ich sage, hätte ich auch so 100% gemacht, aber, ist auch vielleicht unfair, ich habe ihn nicht in der täglichen Arbeit gesehen, Joti hat ihn gesehen, vertrauen wir ihm mal, dass er da ein gutes Bild von ihm bekommen hat und wie gesagt, geben wir ihm einfach alle mal eine faire Chance, lassen wir mal die ersten Spiele, die ersten Vorbereitungs, die ersten Tests auf uns wirken, schauen wir uns mal das Training an und dann hoffen wir einfach mal, dass das Ganze gut funktioniert und der 1. FC Nürnberg mit Miroklose zusammen eine bessere Saison spielt, als das in den letzten Jahren der Fall war. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, ansonsten hoffe ich auf den ein oder anderen Transfer in dieser Woche, ja, die nächste Podcast-Folge wird dann, schauen wir mal, ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, wann die stattfinden wird, aber es wird nicht allzu lang dauern. Ja, das glaube ich auch, wird jetzt nicht bis zum Saisonstart, dauern, keine Sorge. Ja, es ist ja auch Trainingsauftakt nächste Woche, vielleicht gibt es ja auch schon das eine oder andere zu erzählen, von daher, ja, kann eigentlich nicht allzu lang dauern. genau, sehe ich auch so und ansonsten, wie immer, vielen Dank für eure zahlreichen Fragen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Austausch, macht wie immer viel Spaß. Genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, wie immer, Link in der Folgenbeschreibung, ansonsten gerne dem Podcast folgen, gerne den Podcast bewerten, das hilft dem Podcast, dass er, ja, beliebter wird, mehr gehört wird, was natürlich uns weiterhilft und auch freut, ja, und einfach Dankeschön bis hierhin auch für eure Unterstützung. Genau, sehe ich genauso, kann ich mich nur anschließen, ansonsten, ja, hoffen wir auf eine spannende Woche beim Club und, ja, dann sage ich bis spätestens zur nächsten Folge. Servus, Tschüss.